Diesen City-Bagger gibt es ja als City-Bagger schon eine Weile auf dem Markt und Sie haben, glaube ich, auf Kundenwünsche reagiert. Da haben wir natürlich zugehört, was noch so Wunschlisten sind. Viel war es nicht, aber das, was wir machen wollten und konnten, das haben wir dann auch umgesetzt. Zum Beispiel haben wir hier jetzt vier Drehzahlstufen vorinstalliert. Der Punkt ist, die Maschine hat so viel Kraft, dass es unsinnig ist, die Maschine immer mit voller Drehzahl zu fahren, was viele Kunden einfach aus Gewohnheit mit ihren anderen Maschinen machen. Die Maschinen haben den stärksten Motor in der Klasse bis 16 Tonnen. Wir haben hier 167 PS und wir haben jetzt die Vorstufen so umgestellt, dass wir sagen Silent Mode, dann hat er 1500 Umdrehungen und bei der Leistung bereits schon 146 PS. Das ist mehr als manch andere als Nennleistung. Dann haben wir den City-Mode, da sind wir dann bei 1700 Umdrehungen, den Standard-Mode mit 2000 Umdrehungen und dann noch den Power-Mode mit 2200 Umdrehungen, das ist die Volldrehzahl.